Was für ein Gefühl ist das, wenn du keinen Kontakt mehr zu deinen Liebsten hast, während die Wassermassen ganze Ortschaften zerstören? So war es bei Lisa, die sich früh am nächsten Morgen auf den Weg zur Umgebungsstraße machte. Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, hier ist irgendwas ganz schief gelaufen. Die Feuerwehrmänner alle total verzweifelt, weil sie nicht retten und nicht helfen konnten. Die kamen halt nicht rein und sind unsere ganze Rettungsboote weggeschwommen. Das war so eigentlich der schlimmste Moment, da oben zu stehen und nur Wasser zu sehen, wo eigentlich Kreuzberg ist, wo eigentlich Altenburg ist. Wie Lisa dieses einschneidende Erlebnis durchlebt hat, erfahrt ihr in diesem Video. Um ihr nämlich eine große Freude zu machen, hat sich Lisas Schwester Anna bei uns gemeldet, um ihr eine besondere Überraschung zu bereiten. Hallo, hallo. Was ist denn hier los? Wir kennen uns, ne? Ja. Also was haben wir? Hallo. Ich bin Lisa Schmidt. Und du kommst aus? Altenburg. Und ihr, du und dein Freund Christian, ihr wart in der Nacht auf Lagerwäsche und die Vogt gekommen ist? Ich war tatsächlich nicht da, weil ich bei meinem Bruder war. Der hatte vorher schon, ich sag mal, einen kleinen Hilferuf abgesetzt. Der wohnt in Altenburg in Rosberg. Und der hatte tatsächlich als allererstes Wasser im Keller, weil das den Berg runterkam. Falls jemand Zeit hat, könnt ihr mir kurz helfen. Keller ausräumen, Aggregat anschließen, dass die Pumpe läuft. Und dann bin ich da hingefahren und kam nicht mehr nach Hause. Also dann kam so ein Sturzbach, den Rosberg dann runter plötzlich. Ich hab dann auch mit dem Christian auch hin und her geschrieben, telefoniert. Der Christian hat gesagt, ja, soll ich mich versuchen, nicht abzuholen? Ich sag, das ist alles zu gefährlich. Bleib du da, ich bleib hier. Wir gucken, wie es läuft. Dass es dann so schlimm wurde in Altenburg selber, wusste ich natürlich oder konnte ja keiner von uns wissen. Und da hab ich schon auch ein bisschen, ja, andere Sorgen gehabt. Und dann gibt's da so eine coole Wünsch dir was-Aktion. Ja, von der hab ich auch schon gemacht. Genau, guck mal, die, die haben für dich einen Wunsch eingereicht. Du hast schon ein bisschen einen Wunsch eingereicht. Hab ich gemacht. Ja, das war aber nett. Wir im Rosberg waren natürlich relativ sicher. Da kam das Wasser ja nicht so zusammen mit meinem Stiefvater übrigens, der nämlich auch nicht zu Hause war. Aber ich glaube, wir waren alle da, wo wir sein sollten. Weil mein Stiefvater auch, der wusste auch nicht, wohin mit seinen Gefühlen, ne? Weil die Mama ja in Kreuzberg war, der Christian war in Altenburg und wir beide waren halt in Altena. Aber wir konnten uns halt gegenseitig ganz gut runterholen und immer, also einer von uns beiden war dann immer so ein bisschen aufgewühlt, eine andere ruhiger. Und dann war es mal andersrum. Ja, und dann sind wir auch ganz früh morgens, sind wir schon los durch das hohe Wasser noch. Dann standen wir da oben auf der Umgehungsstraße, auf der Brücke. Und da, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, hier ist irgendwas ganz schief gelaufen, ne? Da standen ganz viele Feuerwehrautos. Die Feuerwehrmänner alle total verzweifelt, weil sie nicht retten und nicht helfen konnten. Die kamen halt nicht rein und haben gesagt, uns sind die ganze Rettungsboote weggeschwommen, ne? Das war halt, das war so eigentlich der schlimmste Moment, da oben zu stehen und nur Wasser zu sehen, wo eigentlich Kreuzberg ist, wo eigentlich Altenburg ist. Das war echt so ein richtig krasser Moment, ne? Und als wir dann irgendwann, als das Wasser ein bisschen runter war, in die Orte rein kamen, hat es uns natürlich völlig die Sprache verschlagen. Und länger hatte ich Kontakt mit dem Christian und seine letzte Nachricht, die ich von ihm bekommen hatte, war, es sinkt jetzt. Also, A, er lebt und es wird jetzt nicht mehr schlimmer, ne? Und da habe ich gedacht, okay, der scheint irgendwie safe zu sein, ne? Aber bei Mama und Tina wussten wir es halt nicht, ne? Wir wussten nicht, wie ist da die Lage, haben die es überhaupt noch ein bisschen nach Hause geschafft? Weil die Letzte, was wir von der gehört haben, waren, ich muss noch nach denen und den Leuten gucken. Und wir dachten so, nee, jetzt bist du auch mal wichtig, ne? Jetzt geh mal nach Hause um 6 Uhr morgens oder so. Kommen dann von denen die erlösende Nachricht, ja, wir leben, so, ne? Und das war halt krass, ne? Also, es war einfach krass, so eine Nachricht zu kriegen und dann uns ist so ein Stein vom Herzen gefallen, ne? Weil wir haben totales Glück gehabt, alle verteilt, aber allen ging es gut, ne? Und das ist ja erst mal das Wichtigste dann, ne? Ja, aber ich glaube, das war dann auch ein schön krasser Moment, wo dann auch Christian auch wieder gesehen hat oder so? Ach, total, ja. Das hat super lange gedauert. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da gesessen habe. Und er kam nicht und er kam nicht und dann kam seine Familie und von Christian immer noch keine Spuren. Ich dachte, wo ist der denn? Man kann immer eine große Gruppe Leute und dabei auch dann halt der Christian und ich hab... Also, das war einfach... Also, man kann sich das, glaube ich, gar nicht das Gefühl, kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht mal erlebt hat, ne? Wie sowas ist. Fühlt sich nach dem Richtigen an. Kann man ruhig das erste nehmen, oder? Wie habt ihr das erlebt? Ich meine, da kam ja irgendwann so eine komische Mannschaft. Also, ganz generell, alle Helfer oder es waren ja unglaublich viele Leute da. Das war einfach... Ja, das war wirklich ein Segen, weil wir selber einfach keine Kraft mehr hatten. Wir hatten keine... Wir hatten auch keine Hoffnung mehr. Wir hatten... Ne? Also, es war einfach eine so große Mammut-Aufgabe. Und wenn nicht so viele Leute bekommen werden, um uns ihre Kraft und ihre Hoffnung zu geben... Das ist ja alles gescheitert, ne? Also, meine Mama sagt immer, das ist zu viel für ein Leben. Und da bin ich sehr froh, dass da so viele Leute mitgemacht haben und uns die das von den Schultern genommen haben. Ja, und speziell die Dachzeltnomaden. Da kann ich auch einfach immer Danke, Danke, Danke sagen. Aber da waren zweimal wirklich große Trupps von den Dachzeltnomaden da und haben super viel geholfen. Und an dem Tag, als ich auch da war, haben wir die Außendämmung abgemacht. Und das war kein Styropor. Also, das war richtig fies. Und wir sind einfach unfassbar dankbar, dass uns dabei so viele Leute geholfen haben. Und es ist ja nicht nur die Arbeit, die dann getan wird, sondern es sind halt auch diese ganz vielen kleinen Gespräche. Wenn einfach mal einer kommt und fragt, hey, wie geht's dir gerade? Kann ich sonst noch was für dich tun? Oder wenn vielleicht einer vorbeikommt und hat mal ein Stück Kuchen dabei. Und dann denkst du, oh jetzt, ne? Also, das sind auch diese kleinen Dinge, die einem so helfen. Es ist nicht immer nur der große Werk Arbeit, der geschafft wird, sondern auch diese kleinen menschlichen Dinge, die einem einfach total weiterhelfen. Und dann sind wir abends, sind wir aus Algen rausgefahren. Und da standen so unfassbar viele Menschen. Ich hab so gedacht, was macht die alle hier? Mit Schiffen, mit Schaufeln, mit Eimern, mit Besen, ne? Die standen alle da aufgereiht, bis ich verstanden habe, dass das der Punkt ist, wo die mit dem Bus abgeholt werden. Ich hatte das Gefühl, da sind eine Million Menschen in unserem Dorf, die alle nur helfen wollen. Und das war irgendwie so, ich hab gedacht, wow, da seid ihr krass. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020